Bei den Shimano-Motoren kann man die Firmware updaten. Wir geben in der Anleitung und im Beipackzettel an, bis zu welcher Firmware-Version unser Modul kompatibel ist. Und wir empfehlen Ihnen nicht ein Update zu machen, bevor wir es freigeben, weil es kann natürlich sein, dass Shimano die Firmware an unser Modul anpasst und dass unser Modul dann nicht mehr funktioniert. Unser Modul kann man natürlich auch updaten, aber wir können auch nicht garantieren, dass es dann auch wieder funktioniert. Deswegen bitte vorsichtig bei Firmware-Updates des Shimano-Motors.